In diesem Video erkläre ich dir Konrad Adenauer in 30 Sekunden. Konrad Adenauer wurde 1876 in Köln geboren. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er Bürgermeister in Köln, danach arbeitete er an der deutschen Verfassung mit. 1949 wurde er der erste deutsche Bundeskanzler. Er wurde dreimal wiedergewählt. In seine Amtszeit fällt das Ende der Besatzungszeit, der Beitritt zur NATO, die Teilung in BRD und DDR, die Annäherung mit Frankreich und die Schaffung der Montanunion sowie die Einführung der sozialen Marktwirtschaft und das Wirtschaftswunder, dem großen Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ausführliche Video zu diesem Thema findest du auf unserem YouTube-Kanal.